Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,9 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der Rucksack hält, was er verspricht. Macht optisch richtig was her. Leichtgängige Reißverschlüsse, große Klappe, um ihn von oben zu beladen. Die Außentasche sitzt an der richtigen Stelle. Hat innen, außer dem Laptopfach, noch zwei Reißverschlusstaschen. Außerdem noch eine Reißverschlusstasche an der Rückenseite, für Geldbeutel oder andere Wertsachen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.